Wow, das ist schräg. Hey, Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Ich glaube, wir haben echt schon viele Leute verloren. So, bei mir bildet der Ton total verschoben. Musst du die Seite sonst mal reloaden? Wach auf! Mike, bist du das? Was? Komm hierher! Schnell! 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 Leute, jetzt tut mal bitte nicht so, als wärt ihr hier im Puff, ja? Also... Wenn ihr nackte Weiber sehen wollt, müsst ihr Geld dafür bezahlen und zwar woanders. Dass ihr immer so übertreiben müsst, so ein paar Anspielungen, aber es geht doch jetzt schon fast seit einer Stunde so, oder nicht? Das ist ein Spiel, kein Film. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da auf machen? Es ist halt meine Ruhe alles gut. Ich habe da grundsätzlich auch gar nichts gegen, aber wenn es die ganze Zeit nur so geht, dann weiß ich nicht mehr, was ich im Chat überhaupt noch vorlesen soll. Weil wir haben es trotzdem noch 20.20 Uhr, Leute, auch wenn das ein Horrorspiel ist. Hey. Gott, siehst du schlimm aus. Ach, schön dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du machen, Mike? Oh, äh, äh, äh. Ich bin als Kaffee geboren. Ja, klar doch. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns? Allerdings. Was war das? Ist das... Wein? Nein. Nein! Nein, nein, nein! Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Jetzt wisst ihr es alle. Ich konnte die ganze Zeit nichts sagen. Und endlich wisst ihr es jetzt. Oh Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Oh Scheiße. Shit. Was ich schon nicht weiß. Was aber die, die das Spiel nicht kannten. Verdammt. Fuck, das war die falsche Taste. Okay. Shit. 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 Starke Arme hat das eine Mädel. Oh Gott. Oh Gott. Das kann in der Training wahrscheinlich sein. Oh Gott. Das waren 600 Mäuse. Will ihr, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Stein auf Bein ist nicht gut. Okay. Sieht doch gut aus. Diese Kniescheibe ist da drümmert. Sie läuft echt noch gut dafür, dass sie gerade so schmerzhaft aussah. Oh, oh, oh! Papa! Wo ist ihre Macht? Das ist jetzt keine Macht. Wieder da, BB-Kopper. Okay, da hat das letzte Facebook dabei. Copper, du hast jetzt gerade wieder die größte Enthüllung vom Spiel verpasst. Das ist der Aufzug in dem... Ist das nicht der Aufzug in dem... Was ist das tutorial? Ich dachte, das wäre der Fahrstuhl, wo Jessica drin liegt. Okay. 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 Ich kann hier schon lassen. Ah! 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 Oh, God! Verdammt! Oh! Oh! Oh, nein! Nein, nein, nein! Ich geheli! Ich geheli! Ich geheli! Oh, oh! Oh Gott! Ab, Audrey! Wow, das ging echt so easy. Ah. Bin. Hallo, ich will mir die Leiter noch angucken. Ich dachte, wir haben den Myers. Der Myers war ja Josh. Oh, ich will die Leiter noch nicht mehr. Quick time events und so. Die können alle so unglaublich gut klettern. Voll die Pros. Man... Kannst du mal bitte wieder mit der Dankwende mit der Taschenlampe in die Mitte gucken? Voll Adrenalin ist. Das stimmt. Wie die auch alle so entspannt hier langlaufen. Wenn die ganze Zeit so ein gekreischt um sie herum. Akku leer! Warum der Chat ist doch schon... Ist so laut. Danke für den Loot, Yannick. Ich hätte jetzt einfach die WD verseucht. Ach, wir sind wieder da, wo wir eben waren. Oh mein Gott! Endlich funktioniert mal was! Ich kann einfach nicht schreiben. Wie komm ich denn hier jetzt wieder runter? Das sieht richtig aus. Ne, das war falsch. nicht kurz. Wir sind da. Totem. Was würde es für ein Totem sein? Rot, Gefahr. Grün. Sag noch Mike aus. Würde ich auch sagen. Kannst du die Lampe mal irgendwie so halten? Dankeschön. Man sieht sonst nämlich nichts. Ich glaube das ist noch deprimierender, wenn du die frische Luft sehen kannst und einfach nicht hochkriechen kannst. Krabbeln. Klettern. Krabbeln. 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 Ich mache ein Satow auf der Schulter. Hm das war Hanna. Ah da. Das war ein Zufall aber auch. Das war auch ein Zufall, oder? Auch ein Zufall. Ein Kreuz für Beth gemacht. Das war ein Zufall. Ein Herz-Anhänger. Der gehörte also mal Hannah. Wahrscheinlich von Beth. Ich bin nicht gerade erschrocken. Hallo, Beth. Schön, dich wiederzusehen. Oh Gott, Seth! Oh Gott, Seth, nein! Also für nach einem Jahr sieht die noch echt gut aus. Nur Hannah. Wo ist Hannah? Ich finde es immer lustig, wie so hinterlüssige Schlangen dann ausrasten, wenn etwas Schlimmes passiert. Ja, du darfst ihn dafür schlagen. Ich erlaub dir das. Jetzt bin ich wieder aktiver. Oh, dann muss Potti das nochmal schreiben, was sie dir gerade geschrieben hat. Das ist nämlich echt wichtig für die Story. Ne, das haben wir doch schon mal gesehen. Wir wollten doch, wo ist denn der Aufzug? Und zwar, Coppa, haben wir herausgefunden, dass Josh der Killer ist. Der Killer mit der Maske, unser Myers. Was? Nein! Nein! Oh Gott, bitte komm nicht hierher her. Oh Gott, bitte komm nicht hierher her. Huch! Ich hab nicht drauf geachtet. Das ist aber definitiv nicht Josh. Kennst du das Spiel noch nicht, Potti? Das ist ja einfach durchgelaufen. Als ob der so gut ist. Nein, er hat das gesehen. Ich glaube, ich kenne es. Du tust aber gerade echt gut so, als würdest du es nicht kennen. Oh Gott. Oh Gott. Sog dine. Oh Gott. Oh Gott. I nie.